Das ist mein Merci, yes, yes. Verteidigung. 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 Fick dich, Farah. Dankeschön. Erwischt, Bitch. Also die kann quasi Scharfschütze sein. Kann die Leute buffen und debuffen? Verstehe ich nicht. Wofür braucht man das denn? Und hier so ein Hauch von Sinnlosigkeit. Haben die jetzt noch Lust, hier durchzukommen? Oder ich meine, ich habe ja nichts dagegen. Ich meine... Oh, shit. Na, komm, Rad. Ist schon weg, ne? A, I, A, U, A, I, A, O, A, I, O, A, I, O, A, A. Warum immer von hinten, Freunde? Meine Güte, furchtbar. Ja, ja, der dachte sich wieder, äh, der Bastion. Aber die hat mich aber geheilt. Das ist nett. Das ist nett. Kann, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, umkämpft, 3, 2, 1. Fick die Henne. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Fuck off. Scheiße. Hat was fast. Kriegst du denn jetzt schnell genug dauernd, die Alte? Immer so ein verkacktes Rad, ey. Okay. Okay. Let's not come, babe. Ich hoffe, ich habe mich zu zielen. Fick doch die Henne, Mann. Au. Na gut, das ist aber auch echt eine Stelle, die super hardcore auffällig ist, ja. Aber hey, was würdest du machen? Du bist der Punkt umkämpft. Sind sie schon hier? Ins Gesicht, Freunde. Ins Gesicht. Fick die Wand, Alter. Fick die Wand! Ach, nö. Mach ich, Amen. Fick dich, Genji. Fick dich, Roadhog! Fick dich, Roadhog! Fick dich, oder? Ich bin da hinten. Ich bin da vorne. Ja. Ich bin da vorne. Hey, ey. Hey. Hey. Ich greife an, gerne, aber das trifft mich nicht. Scheiß Rat! Aua, fick dich! Genji, warum schießt der Kind und diese Kack-Genji ab? Alter, ihr habt den doch gesehen! Wollt ihr mich verarschen? WTF? 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 Ja, die war schon gut. WTF? 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 Du kriegst doch Brustel. Du musst selber suchen. Jaja, das gute Overwatch. Immer wieder schön. Was soll ich denn hier großartig machen? Also ich bin ja alleine. Macht ihr auch was? Guck mal so nebenbei. Kann ja mal fragen. Na, dann krieg ich das Ulti ins Gesicht. Was machen die denn? Fick dich, Torbjörn. Ehrlich. Fick dich, Torbjörn. Fick dich. Sind ja da. Wie auch immer. Ja ne, da steht immer ein verkacktes Schuss aus dem Kackding drauf. Wenn mal jemand das Ding wegschießen könnte, wäre alles super. Aber hey. Hey. Ist offenbar zu viel. Ja, na klar geht das Ding jetzt zu. Ihr wollt mich verarschen. Wirklich. Leck mich doch am Arsch. Furchtbar. Ist mir knappe Apfel runtergefallen. Super. Ich leck mich doch richtig schön auf mein Parkett. Geil. keine ahnung ich bin gar kein renk glaube ich vielleicht paar spiele gespielt ich spieler nicht warum denn ich brauche kein penis vergleich ich hab nicht mal denn los hier mal wirklich sind ja da kannst du ja ins gesicht ja 44 ließ bescheid das ist doch nicht euer ernst hier scheiß hast du im visier mann du kannst mich schon ausschlecken da schwillt mir doch die milz mal was soll ich denn da großartig reisen hier furchtbar interessiert kein furchtbar da will ich nicht nochmal spielen die waren doof spieler scheinbar rangliste da bin ich da voll noob schlechthin wisst ihr bescheid guckt euch dieses alter du hast schon zwei sterne bis level 78 70 du hast echt kein leben alter das ist du hast bestimmt alles gehendes du hast auch die neuesten skins schon so viele skins mehr skins geht gar nicht genau es gibt dinge die nur eine frau weiß warum weil frauen halt naja besser sind und so nicht wirklich aber ich bin ein außenseiter hä warum ist dein außenseiter däumchen verstehe ich nicht zum angriff i like to fara fara ich wollte gern fahren aber dann mercier ich halt alter wir haben drei tanks ist das euer ernst bau mal die bau bis sie schaden machen also alter Okay. Was war das denn? Was war das denn? Aua. Was war das mit dem Scheiß? Verstehe ich nicht. Habe ich nicht verstanden. Tja, das ist dann tricky. Man muss halt Prioritäten setzen. Man muss halt Prioritäten setzen. So froh, dass die Prüfungen vorbei sind. Und jetzt kann ich ganz viel Sport machen. Ah, sehr gut. Ah. Oh, klar. Beides gleichzeitig. Geht, Alice? Ich würde gerne Farrah, Farrah, please. Nein, nein, ah, nein, ah, 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 ah. Ach, Fläumchen, dass du eine Freundin hast, das ist immer wieder sehr merkwürdig. Ah, 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 ah. Ah. Eher Muckibude und so, weißt du? Damit ich dickere Muckis als du kriege. Wenn du überhaupt Muckis hast. Hey, geht alles. Ein bisschen verrückt muss man sein. Ein bisschen Spaß muss sein. Warum hat denn der dort auf den Boden geklatscht? Na, der ist ja drauf. Ich bin euer Shield. Okay. Hallo, Chris. Ihr seid ja drauf, Leute. Oh, scheiße. Okay, der Rheinhardt wurde gerade gereinhaltet. Entschuldigung, ganz schön mitgekriegt. Kassiong. Vielen Dank. Oh, scheiße. Vielen Dank. 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 Oh, scheiße. Oh, ich bin in der Falle drin, okay. Okay. Ich bin in der Falle drin. So, wo geht's? Okay. 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 Kommt mal mercy. Amen. 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 Nein. Amen. Amen. ja ja die hat auf mich abgesehen links lang links lang ist schneller meinte er also ich bin noch auf dem weg 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 Scheiße, Mann. Scheiße. Scheiße. Wo sind denn alle? Scheiße. 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 Leck mich am Arsch rein, Herr. Burschbaa. 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 Ernsthaft? What the heck, Mann? Burschbaa. 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 Untertitelung des ZDF, 2020